ein wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren folge driftland the magic revival wir haben in der letzten folge relativ erfolgreich unseren gegner hier unten angegriffen auf jeden fall den einen zudem wurde ich gefragt was dieses gebäude mit dem sternchen bringt da möchte ich eben ganz kurz mal darauf eingehen und zwar erzeugt man damit wissen das ist dieses sternchen was man herstellt da produzieren wir momentan plus 0,5 ich bin selber noch nicht so weit damit dass sich das lohnt da weiter zu gehen hier neben hat man quasi den weg des fortschritts so steht es da oben rechts ich werde den text mal ganz kurz übersetzen der gibt zutritt zu verschiedenen vorteilen das in vier gruppen unterteilt ist die zum sieg führen sollten da steht noch mal drunter dass man ein haus der schüler braucht so nennt sich dieses gebäude und arbeiter da einstellen muss um die rate zu erhöhen damit man die punkte kriegt das ist hier oben jetzt kriege ich momentan 0,5 weil ich da fünf schüler quasi drin habe ich klicke da mal eben drauf ich habe mir das selber sowieso noch nicht genau angeguckt ich habe da einmal drauf geklickt und da sieht man schon das ist alles sehr teuer also da braucht man wirklich viel wissen aber da kann man halt einmal den weg für die wirtschaft auswählen einmal des kriegs einmal der magie und einmal weg der wunder er ist noch grau hinterlegt ich denke dass es durch die alpha das ist noch nicht drin oder ich müsste erst die gebäude weiter aufwerten das kann ich so gerade noch nicht sagen ich hoffe ich werde jetzt gleich nicht angegriffen in der zeit wo ich hier mal kurz darauf eingehe hier steht dass die kosten für gebäude um zwei reduziert werden wenn man dieses talent welt für 100 wissens punkte möchte ich mal sagen das heißt dass ein tower der normalerweise sechs kostet nur noch vier kostet wenn ich das richtig verstehe ich habe selber wie gesagt noch nicht ausprobiert deswegen sieht es mir nach wenn ich das nicht alles richtig mache aber ich gehe mal ganz kurz auf die punkte hier ein hiermit erhöhen wir die produktion der mühlen genau unter anderem säge mühlen und 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 also quasi die produktion wird erhöht von steinmetz von holz und von den lebensmitteln um 20 prozent hiermit erschafft man quasi einen schwarzmarkt damit erhöhen wir die tauschraten auf unserem normalen handelsmarkt und im letzten teil tschuldigung fürs räuspern das reparieren von gebäuden kostet kein gold mehr ich denke dass man alles hiervon machen muss ich könnte jetzt glaube ich nicht wenn ich 400 wissen habe einfach hier reinspringen weiß ich aber auch nicht weil ich wie gesagt da noch nicht bin gehen wir kurz in den weg des krieges oder der kriegsführung hiermit erhöhen wir die sichtreichweite von unseren einheiten um 50 prozent hier steht dass die einheiten die in den nestern spawnen das heißt drachen oder die vögel doppelt so schnell spawnen oder doppelt so viele das nest will spawnen twice as much units ja also doppelt so viele einheiten das ist schon mal gar nicht so schlecht kostet aber halt auch sehr viel jetzt werden wir angegriffen da muss ich mich mal eben ganz kurz zum kümmern danach gehen wir wieder zurück da wird bestimmt die ein oder andere einheit von uns darunter leiden wir halten einen blick auf unsere einheiten damit wir die auch zwischendurch heilen können wobei unsere magier da echt fleißig dabei sind der gegner kommt sonst so nicht durch das hatten wir auch in der letzten folge in dem kampf das war wirklich doof hatten die uns hier einfach von hinten überrascht ich wurde ja zum glück vorher gewarnt dass das der fall sein könnte deswegen habe ich hier vorbereitung getroffen haben wir ganz gut geschafft gut angriff abgewährt ich gehe mal wieder ganz kurz in den tag tree rein den punkt hatten wir jetzt gehen wir hier rein geteilte gedanken möchte ich das mal so frei übersetzen die erfahrungspunkte die bekommen werden im kampf wird für 30 prozent auf alle einheiten verteilt also wenn jetzt eine einheit jemanden besiegt kriegt die einheit ja nur die erfahrungspunkte und somit kriegen alle in einem bestimmten radius denke ich mal ich weiß nicht vielleicht sind es auch alle einheiten kann ich so nicht sagen auf jeden fall kriegen die dann erfahrungspunkte und das hier heißt okay die barbaren auf den anderen inseln wenn wir uns eine insel dazu holen die greifen uns nicht mehr an wenn wir sie nicht angreifen wenn ich mir das so angucke denke ich dass man jeden jedes talent quasi hier wählen kann weil das kostet nur 100 ich dachte weil das hier so gestaffelt ist hier oben dass man auch der reihe nach gehen muss ich werde sehen wenn es soweit ist jetzt sind wir im weg der magie das heißt dass die mana kosten die wir brauchen für unsere zaubersprüche um 50 prozent reduziert werden das ist im ersten talent und im zweiten talent heißt es dass unsere zauber reichweite von den magiern so würde ich das verstehen es kann auch eventuell auf unser hauptgebäude bezogen sein das wäre aber ziemlich krass weil hier steht dass die reichweite verdoppelt wird also wenn das der fall ist dass es auch für unser hauptgebäude zählt das wäre heftig also dann können wir quasi über die gesamte karte zaubern wenn ich mir das jetzt hier so angucke wir sind sowieso schon sehr weit mit dem zauberradius das wäre heftig okay so kümmern wir uns wieder ums spiel ich wollte nur eben ganz kurz auf den entwicklungsbaum eingehen weil ich danach gefragt wurde und da dachte ich mir so nett bin ich mal eben und werde die sachen mal kurz erläutern hier haben wir rubine in die rubinen möchte ich auch wohl rein investieren das wollen wir uns nicht entgehen lassen die brauchen wir nämlich doch ziemlich intensiv hätten wir noch irgendwo diamanten ich meine hier haben wir noch eine schöne insel wo wir uns diamanten raus ziehen können wir haben auch direkt zwei minen daran geklatscht da war ich ganz schön süchtig nach ressourcen ich weiß noch nicht wie das ist wenn wir uns wir könnten uns hier selber eine insel erstellen ich weiß nicht wie das ist von den rohstoffen auf dieser insel ich habe das noch nie gemacht ich würde die aber strategisch versuchen hier irgendwo hin zu setzen aus dem grund müssen wir auch irgendwie schaffen zu unserem gegner rüber zu setzen wenn er so weit weg ist weiß noch nicht ob das zu nah an ihm dran wäre wir setzen uns da mal in das geht schnell alles klar dachte wir bräuchten die magier ich dachte wirklich wir brauchen die magier dass die darüber laufen aber ich ist auch richtig stein drauf geil okay also wir könnten quasi auch unsere eigenen inseln wie diese hier dies komplett abgearbeitet einfach zerstören und durch eine neue ersetzen zur not hiermit erstellen wir neue inseln und hiermit zerstören wir diese inseln das finde ich sehr gut ich habe das wie gesagt noch nicht ausprobiert aber das freut mich das finde ich wirklich richtig cool dass wir dadurch die möglichkeit haben auch einfach weiterhin ressourcen zu kriegen für alle die die sonst ressourcen probleme haben ist das natürlich genial also man weiß natürlich nicht was es da alles für ressourcen gibt aber ist doch schon mal schön so haben wir stein stein ist sowieso eine mangelware finde ich hier heißen wir das mal ab und auch mal weil ich möchte hier wohl ich glaube das kann man auch abreißen das füllt sich nicht wieder auf ich möchte hier ein haus hinsetzen mindestens eins ich habe ein bisschen was mit der stimmen glaube ich deswegen entschuldige ich mich dafür wirklich wenn ich mich das ein oder andere mal öfter räuspern muss hier unten setzen wir uns direkt mal türme hin erst mal eine steinlinie damit wir ein bisschen mehr ein bisschen mehr sichtradius bekommen und jetzt können wir uns die türme hinsetzen bei so jetzt ist natürlich stein mangel aber hier haben wir ja wieder ein paar ich weiß nicht genau wo die immer die portale hinsetzen kann natürlich weiterhin sein dass die dahin gehen weil da habe ich keine verteidigungsanlagen aber sobald ich hier die anlagen drin habe könnte ich ja prinzipiell auch hier hinten den ein oder anderen turm abreißen den habe ich jetzt gerade auf level 3 aufgewertet den würde ich da gerne drin lassen müssen natürlich ein bisschen unsere lebensmittel produktion erhöhen in dieser folge geht es erstmal darum würde ich so pauschal sagen dass wir hier unsere ressourcen wieder gut hinkriegen weil wir auch stück für stück expandieren wollen der rest sieht super aus aber die stein beschaffung die muss noch kommen da muss noch mehr kommen ich weiß noch nicht was das bringt wenn ich vielleicht noch einen marktplatz mehr baue jetzt einfach mal tun hier steht ja drauf ach das ist nur der mining bonus das war doof hätte ich vielleicht vorher durchlesen sollen ich bin jetzt davon ausgegangen dass das auch an sich das gold einkommen steigert weil eine goldmine könnten wir natürlich die eine oder andere noch setzen da haben wir glück unsere anderen minen sind glaube ich ausgelaufen wenn ich das gerade noch richtig gesehen habe da werden wir uns hier die kohle ist raus und das sieht man ja immer weil der energiebalken darüber verschwindet machen wir so und die leute stellen wir mal eben ein fürs gold und natürlich nach und nach den marktplatz aufwerten aber das finde ich gut das wusste ich wirklich nicht dass das auf selber bauen von inseln und so viel beschert also an rohstoffen auch hier ist auch gold wieder drauf das finde ich gut dann würde ich vielleicht sogar wirklich überlegen die ein oder andere abgearbeitete insel zu zerstören so den haben wir jetzt auf stufe 2 aufgewertet hier bauen wir uns auch eine goldmine hin bei gold brauchen wir wohl wir sind jetzt bei minus 92 das kriegen wir aber alles hin da müssen wir uns nicht darüber aufregen stein kriegen wir auch nach und nach mehr da kann ich dann auch leute einstellen so stück für stück auf jeden fall sonst muss ich mal wirklich das ein oder andere haus mehr bauen ja dass wir hier die insel immer noch sehen ich weiß nicht ich weiß nicht warum das unser nest jetzt weil wir also dann würde ich da ja nochmal rüber gehen vielleicht eine insel zerstören und mir die anderen einfach rüber ziehen leicht dann reißen wir nochmal und den turm ab brauchen wir nämlich so nicht mehr mal sagen so hier und da meinen turm stehen zu lassen ist glaube ich nicht schlimm ich glaube ich brauche noch ein haus damit wir uns langsam erholen können danach würde ich die minen wahrscheinlich nur aufwerten wie teuer soll das denn sein gut stein kriegen wir halt wirklich super rein jetzt auch hier über unsere neue insel die wir gebaut haben und mehr bürger mehr bürger machen uns aufs schlimmste gefasst also die gegner hatten so viele truppen da habe ich schon ein bisschen bauchweh gekriegt muss ich ehrlich gestehen wir haben jetzt hier zum beispiel auch noch keine einheiten ach das ist immer so im ersten moment so laut hier auch noch keine einheiten gebaut einfach aus dem grund weil die halt auch gold kosten jetzt kommen wir langsam in dem bereich der mir zusagt ah das werten wir gleich auf fehlt ja nicht mehr so viel stein jetzt sind wir endlich wieder im positiven bereich hui das war knapp das war wirklich knapp vielleicht können wir es aufwerten wir auch schneller steine er hier hat nichts mit zu tun dann können wir den abreißen so vier drei gleich haben wir genug dann werden wir die mine einmal auf oder das fischerhütchen jetzt geht es wieder so ein bisschen ums hin und her geschiebe von den einheiten aber das möchte ich immer erst zum laufen haben oder am laufen haben das finde ich auch gut dass die nicht quasi an produktivität verlieren sondern dass das so aktiv bleibt aber das ist fertig jetzt kriegen wir natürlich bürger gold und lebensmittel not das ist ja ganz normal eine einheit reingesetzt 19 gold wir sind überall im positiven bereich kohle jetzt nicht aber kohle haben wir soweit auch erstmal vorrätig wir sperren mal hier unten ein bisschen aus der gegner hat hier aufgegeben wie es scheint das ist nur noch der rote gegner ist der lilane gegner komplett zerstört oder arbeiten die zusammen oh 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 Freunde ich glaube der eine Gegner wurde zerstört ok wir hatten den quasi das was ich befürchtet habe dass ich in einen 2 fronten Krieg gerate ist mit dem computer gegner passiert würde ich mal jetzt jetzt so ganz ja pauschal in den raum werfen ich hatte gerade andere wörter überlegt mir sind aber keine eingefallen ja das war gut wir machen mal hier die brücken kaputt und ziehen uns die insel rüber das möchte ich wohl dann haben wir noch ein ein vogelnest auf das wir setzen können welches wir dann auch gut gebrauchen können ja da zerfallen die gebäude hat man ja gerade gesehen das war jetzt gerade das auge was ausgelaufen ist aber will ich haben macht es kaputt ich möchte noch dieses vogelnest haben ich weiß auch nicht ob die dinger zu zufällig auf unserer auf unseren inseln entstehen können ok er hat noch nicht ganz aufgegeben die inseln werden nachgesetzt oder nicht die inseln sondern die brücken ich möchte hier ein bisschen mehr einheiten glaube ich wir gucken uns das mal in ruhe an ist doch wieder recht laut ne obwohl ich es leiser gestellt habe doch leute dreht doch nicht alle um ähm was soll das denn die hier auch angreifen können wir können natürlich diese insel einfach zerstören so mache dann fliegt da ein magier hin und der macht jetzt gleich rabotts mit der insel ähm zuerst sind hier sowieso nicht mehr so wirklich drauf ähm die sachen das ist mir halt auch zu anstrengend muss ich ganz ehrlich gestehen andauernd dieses ganze hin und her gebaue ich mache jetzt die insel und die insel kaputt und dann hat sich es ausgespielt mit den brücken und dann ziehe ich mir die insel rüber da kommt die magie in der blauen art und weise wird eine insel umgeformt und mit der roten macht wird sie wahrscheinlich dann einfach gleich zerpuffen 400 kostet das nehmen wir die auch direkt raus und dann ziehen wir uns gleich die insel rüber weil dann müssten die brücken ja auch zerstört werden und dann müssen wir nur schneller sein als der gegner das ist ja auch fies ne wenn man die magier beritten hat dass sie dann einfach mal eben vorbeigucken können hahaha das sieht schon cool aus das sieht wirklich cool aus das möchte ich mir auch mal eben kurz angucken ich habe jetzt nicht die befürchtung dass der zweite computer gegner uns gleich an irgendeiner seite überrennt da mache ich mir keine gedanken das soll jetzt nicht abgehoben klingen aber wir haben so viele einheiten in der luft und die sind auch vom level bereich schon ziemlich stark geworden weil auch wenig gestorben sind ich glaube den nächsten angriff können wir auch gut überleben dann brauchen wir uns gleich einfach mal mit inseln zu dem freundchen rüber fangen mal gucken das dauert auch ganz schön lange also ich meine ich finde es nicht schlimm könnte er auch bei mir machen da muss man auch noch die zeit haben darauf reagieren zu können ich glaube dass die insel wird zerstört wenn die beiden oder wenn der kreis sich schließt hoffentlich ist es nicht gleich zu laut weil ich auch so nah ran gesungen bin und wir sehen was dann wird die kleine insel da hinten zuerst kaputt gehen Bei den Großen dauert das wahrscheinlich länger. Oh, da schließt sich der Kreis. Komm. Da bin ich wirklich gespannt, wie das aussieht. Also das Herstellen einer Insel ist nicht so spektakulär. Boah. Yo. Das sah cool aus. Also das sah richtig cool aus. Ich merke, ich sehe gleich schon das. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst. Und das zu Recht. Also das Zerstören der Insel sieht wirklich ganz gut gemacht aus. Gucken, wie das bei den Kleinen ist. Wahrscheinlich nicht ganz so spektakulär. Aber es sieht wahrscheinlich genauso aus. Ähm. Ist sonst natürlich auch jetzt gerade sehr ruhig, weil... Ich meine... Ist auch ein gemütliches Strategiespiel. Wenn so ein Kampf mal vonstatten geht, muss man halt genug von allem haben. Das schaffen wir. Da zieht er sich direkt die Insel rüber. Nicht mit mir. Mir wieder zurück. Er kann sie sich natürlich jetzt wieder ziehen. Das sah gut aus. Das sah wirklich gut aus. Hat mir optisch auf jeden Fall zugesagt. Ähm. Da möchte ich die Insel haben. Werden wir jetzt auch gleich mit Brücken verbinden. Damit er sie uns nicht wegnimmt. So. Und so. Jetzt ist es ja quasi... Gleich unsere Insel. Wie gesagt, Ressourcen sind da auch nicht wirklich drauf. Da ist aber Mana drauf. Ziemlich viel sogar. Da können wir mal ganz kurz gucken, wie das hier bei den anderen Inseln aussieht. Ich gehe jetzt wieder in diese Vogelperspektive. Ich glaube, da ist wirklich ziemlich viel Mana. Ist auch 701. 721 ist bis jetzt top. Also. Ich werde nochmal eben die... Freude von ihm. Watchtower. Ich gucke mal ganz kurz. Kann ich die nutzen? Ne. Schade. Das wäre auch witzig. Dass man damit dann quasi auch Ressourcen sparen kann. Jetzt möchte ich mir hier wohl so eine Mana-Quelle draufsetzen. Wenn das... Irgendwo passen würde. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal hier... 1, 2 Büsche entfernen. Ja. Da passt es drauf. Und wir holen uns jetzt nochmal... 2 Vögel dazu. Ich mag das. Wenn unsere... Die Eisenmine ist ausgelaufen. Ähm... Wenn unsere gesamte Insel... Oder unsere gesamte Einheiten... Beflügelt sind. Das war wieder laut. Entschuldigung dafür. 3 Magier nochmal einstellen. Wir haben genug Stein. Ich möchte das... Auf 3. Den Warlock Tower möchte ich auch auf... Level 3 aufwerten. Wir brauchen nämlich doch ein bisschen mehr Magier. Das finde ich ganz cool. Das können wir jetzt auch aufwerten. Weil wir haben ja unser Haupthaus aufgewertet. Ähm... Natürlich mache ich das. Vorbereitung für den nächsten Angriff... Laufen auf Hochtouren. Mehr Einheiten... Größere Truppen... Können wir uns jetzt einen Mana holen. Wenn das Gebäude... Wie gesagt, dass hier ein Gebäude hingesetzt werden soll. Setzt er das da nicht hin? Ah! Ah, ich war wahrscheinlich zu nah an der anderen Insel dran. Ich habe mich gerade schon gedacht, so... Hä? Wieso ist das hier links in unserer Liste noch nicht aufgetaucht? Hier gibt es keine Steine mehr. Können wir den auch wegnehmen. Unseren Freund. Nächste Einheit... Ist besetzt. Wir werden wieder angegriffen. Wieder hier hinten. Okay, alles klar. Müssen die Reparatur starten. Und dann setzen wir uns hier einfach auf den Tower hin. Unsere Einheiten sind so gut strukturiert mit Magiern, die heilen können. Mit den ganzen Auren, die wir haben. Da bin ich positiver Dinge. Dann soll der Freund hier ruhig öfter mal rüberkommen. Das gibt Erfahrungspunkte. Ich glaube, das machen wir ganz gut. Hier mal einen rein. Noch mal vielleicht einen mehr in den Wissensbaum. So stellen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Mana her. Zudem werde ich jetzt noch mal wieder ein Haus bauen. Hier passt es nicht mehr hin. Aber wir haben ja hier hinten wieder Platz gekriegt. Und ich lasse mir hier auch Platz für eine... Das wollte ich natürlich nicht. Das hier. Fischerhütte. Gut, wir können uns hier noch mal ein Haus hinsetzen. Das finde ich gut. Dieser Mana-Brunnen sieht auch schön aus. Ein nerviges Geräusch, aber ist schön. Weil, wenn ich nämlich dieses Gebäude aufwerte... Ich habe noch sechs Plätze frei. Also jetzt, weil das Gebäude auch fertig ist. Vorher war es halt noch einer. Und das wäre halt zu knapp geworden. Da hätten wir die Lebensmittel... Defizit von den Lebensmitteln zum Gold hätten wir nicht stemmen können. Jetzt können wir es. Auf jeden Fall. Können uns hier noch mal... Ja, okay. Die erhöhen die Produktion von allen Fischereien. Also ist das, glaube ich, egal, wo ich die hinsetze. Alles Stein und Gold. Gut, Gold kümmern wir uns jetzt drum. Damit da ein bisschen mehr kommt wieder. Spätestens, wenn ich das auch gleich fertig habe. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich... Ob ich die alle auf Stufe 2 habe. Wie viel habe ich davon denn? Den hier auch. Den habe ich auch noch auf Level 1. Werte ich mal eben ganz kurz auf. Ähm... Ja, dann erhöht das halt die Produktion. Und wir können Leute aus den Fischerhütten abziehen. Wenn ich jetzt hier... Sieht man ja oben... Immer so ein bisschen... Bisschen im Positiven... Jetzt siehst du... Oder seht ihr... Entschuldigung. Ähm... Ist halt fertig. Und ich kann hier richtig Leute abziehen. Und wir kriegen ordentlich Kohle dazu. Schwer mal nochmal hier hinten aus. Ähm... Eigentlich macht das keinen Sinn. Könnte ich die Insel schon bewegen? Nee. Könnte aber nochmal eine neue Insel bauen. Was haltet ihr denn davon? Wenn ich hier eine Insel hinsetze... Also ich weiß, dass der Gegner, der noch am Leben ist, hier unten ist. Und ich kann... Ich weiß ja nicht, wie weit er sich ausgebreitet hat. Ähm... Hm. Schwierig, schwierig. Ich würde, glaube ich, gerne hier einfach nochmal eine Insel hinsetzen. Ja, das machen wir auch. Was sagen hier die Ressourcen? Eigentlich alles doof. Haha. Na gut. Man kann auch nicht immer alles haben. Hier sollen mal zwei Leute vielleicht direkt mal suchen. Ähm... Sobald die Brücke fertig ist, damit das einfach ein bisschen schneller geht. Hm. Fände ich ganz cool. Hier hatten wir jetzt... Stein noch ein bisschen. Diamanten. Jo, hier sind richtig viele Diamanten. 240. Da bauen wir uns auch direkt mal... Direkt mal was drauf. Okay. Jetzt kriegt der eine 20. Ich weiß nicht, ob er dann schneller arbeitet. Das wäre vielleicht mal ganz schön. Weil die wirklich... Also das Arbeiten von der Geschwindigkeit her haben die, äh... Erkunder oder die Kundschafter das, das, das... Da haben die nicht erfunden. Können wir hier eigentlich noch was aufwerten? Oh ja. Noch höher geht aber nicht. Okay. Schade. Schade. Ich kann noch einen abziehen. Nee, schade. Das geht nicht. Okay. Wir brauchen halt wirklich Stein. Also Stein ist so eine Ressource, da braucht man verdammt viel von. Und da ist ziemlich wenig vorhanden. Ich meine, das geht. Die 400, die nehmen wir da natürlich auch gerne mit. Da haben wir noch irgendwo einen grünen Bereich. Na klar, da unten. 360. 364. Komm, wir setzen den hier hin. Den Steinmetz. Nochmal einen für die Nahrung rein. Und dann werden wir gleich mal... Unsere... Ähm... Ja, Fischhütten... Werden wir gleich mal eben so Stück für Stück aufwerten. Wie kostet das denn? Oh. Oh, das kostet auch ziemlich viel Stein. Ich glaube, Stein... Ist die Ressource... Gerade wenn man sich relativ sicher fühlen möchte. Mit Türmen und alles auch mal. Ich... Wie gesagt, ich wollte das Spiel ja auch mit euch zusammen kennenlernen. Ich... Kenne das ja so noch nicht. Wenn man davor noch mal eine zweite Runde spielt. Kann man den Gegner auch ein bisschen schwerer stellen. Und dann vielleicht auch ein bisschen schneller spielen. Aber bis dahin werden wir uns erstmal hiermit begnügen, um zu gucken, wie so alles Hand in Hand greift. Wir haben hier noch... Ups. Nein. Äh. Will ich nicht. Dafür habe ich zu viel Ressourcen da reingesteckt. Ein Tornado. Weiß nicht, ob das unsere eigenen Einheiten auch schädigt. Machen wir mal. Bisschen... Mal. Die sollen alle schön die Zaubersprüche lernen. Weil die lernt man ja über diese verschiedenen Stationen. Das ist mir wichtig. Also, dass die das können... Ähm... Liegt mir am Herzen. Ich kann richtig Leute wieder abziehen aus den Fischerhütten. Aus dem Grund, weil wir hier nach und nach... Aufwerten. Erstmal nur alles auf Stufe 2. Oh. Stufe 1. Ah. Man kann später noch die Brücken aufwerten. Das steht aber... Äh. Gesperrt im Early Access Modus. Also, das ist jetzt noch nicht der Fall. Das mit dem Wissen ist aber auch fies, ne? Also... Dass man das nicht irgendwie anders erhöhen kann, oder? Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Gold und Mana. Das ist schön. Ja, sonst läuft hier alles wirklich hervorragend. Wir erkunden diese Insel. Auch Gold und Mana. Wie viel... Okay. Ich frage mich, warum das... Also, das heißt ja nur, dass es da gefunden wurde. Aber Gold würde sich ja auch lohnen. Hm. Finde ich sehr gut. Okay. Okay. Gold ist immer was Feines. Da haben wir jetzt viele Inseln, die wirklich von unserem Gold leben können. Diamanten. Habe ich gar keinen eingestellt. Schande über mein Haupt. Das bringt dieses Rausszoomen übrigens auch. Da sieht man ja immer an den Ausrufezeichen. Habe ich da Leute drin, habe ich nicht. Oder man guckt hier links einfach rein. Aber ich muss dazu sagen, mein Mikrofon hängt ein bisschen über dem Bildschirm. Da sehe ich auch nicht immer alles in dieser Ecke. Da muss ich mich manchmal ein bisschen zur Seite lehnen. Und das tue ich nicht die ganze Zeit. Ah ja. Und was mir gesagt wurde, hier sehe ich natürlich unsere Einheitenliste. Danke für den hervorragenden Tipp. Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, ob der hier unten irgendwie gerade einen Anfall hat in dieser Kugel. Aber das sind die Einheiten. Ich habe gerade gedacht, mein Spiel stürzt ab oder so. Aber hier sieht man das. 1. Attack Speed 1. Was ist hier? 6. Ah, okay. Also ist das hier hinten der Levelbereich, der angezeigt wird. Da steht dann quasi drin, was sie gerade machen. Der Name ist ja erstmal, die kann ich sowieso alle nicht aussprechen. Und daneben steht dann, diese drei Striche stehen ja für das Gebäude. Die habe ich ja alle auf Stufe 3. Ja gut, außer die Kundschafter, ne? Aber sonst kann man hier auch halt immer sehen, Level 5. Hier ist Level 1. Das können auch Einheiten sein, die ich jetzt gerade neu habe. Level 6. Level 2. Ich möchte das gerne entwickeln, dass meine Einheiten die Erfahrungspunkte teilen. So. Okay. Alles klar. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Das wäre ja quasi... ...der Baum. Aber 700. Also 700. Da muss man ja schon... Ähm, um das mal realistisch zu sagen. Ich spiele auf einer kleinen Map. Also Small ist ausgewählt. Nicht mal normale Größe. Da müsste man ja schon wirklich auf einer Riesenmap spielen. Ähm. Um da wirklich so schnell diese Wissenspunkte zu bekommen. Also natürlich, ich habe da jetzt kein Augenmerk drauf gelegt. Ich hätte natürlich auch ein bisschen mehr entwickeln können. Aber das wollte ich ja einfach nicht. Möchte ja unsere... Unseren Fischerboost möchte ich ja erhöhen. Damit wir Leute aus den Produktionsstätten abziehen können. Und unser Gold zu steigern. Ich glaube, ressourcentechnisch geht es unseren Gegner relativ schlecht. Also der kommt ziemlich unregelmäßig und selten. Wir konnten uns Inseln klauen, Inseln herstellen, Inseln zerstören. Also, ich habe das Gefühl, das läuft wirklich richtig gut bei uns. Alles im positiven Bereich, alles gut. Der Kampf wird gleich stattfinden. Oder ich würde fast eher sagen, in der nächsten Folge wird der Kampf stattfinden. Ähm. Dass wir uns das da dann auch vielleicht nochmal genauer angucken. Wir haben jetzt diese Folge wieder ein bisschen mit Nacharbeiten uns beschäftigt. Diamantminen sind ausgelaufen. Kann ich nochmal eben kurz abreißen. Man muss halt immer auf viele Kleinigkeiten achten. Wenn ich jetzt die Diamantminen abreiße, dann weiß ich, okay. Ähm. Ich habe hier nur noch eine. Also. Wir auch. Das sind auch relativ viele Diamanten. Äh. Die ich uns jetzt holen kann. Setzen wir hier hin. Punkt. Fertig. Aber wir kommen wirklich gut voran. Wir haben Ressourcen. Wir haben alles eigentlich vorhanden. Unsere Einheiten kämpfen immer wirklich gut. Da achten wir hervorragend drauf, wie wir die Talente verteilen. Dass alle wirklich irgendwo was haben. Und in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Entweder nochmal hier bei dem Gegner zu schauen. Wobei hier war ja auch nichts mehr. Ähm. Hier ist also. Halt nichts mehr. Der war halt der, der andere Gegner unterwegs. Der hier alles abgerissen hat. Wir konnten da nichts tun. Ich werde mal ganz kurz schauen. Kann ich die bewegen? Nein. Dann ist die noch verbunden, diese Insel. Ähm. Ich glaube, wir gucken mal dann hier unten bei unserem Freund. Der uns ja auch so netterweise in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen angreift. Und wir gucken mal, was wir da machen können. Ich hoffe, dass die Erklärung, die ich am Anfang gemacht habe, oder versucht habe, zu machen mit den Talenten und dem Wissensbaum, dass das gut war. Ähm. Ich würde einfach sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne unten was in die Kommentare rein. Ich lese das wirklich immer gerne durch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Driftland wieder. Bis dahin. Beste.